Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kündeltschau. Heute aus dem Kocherfreiwald und wie ihr unschwer erkennen könnt, steht hier eine Tribüne mit Sitzplätzen. Und was ihr gerade nicht sehen könnt, ist eine richtige Bühne. Und das heißt, Theatersaison startet oder ist in dieser Woche gestartet. Heute drehen wir am Mittwoch, heute ist Premierentag. Und wir freuen uns, dass Theater im Fluss diese neue Saison startet hier bei uns. Und ihr seid herzlich eingeladen. Bis zum 16. Juli ist die Spielzeit, dieses Jahr hier teilzunehmen. Eine einzigartige Atmosphäre und auf jeden Fall lohnenswert zu kommen. Und wenn ihr im Kocherfreibad seid, dann könnt ihr davor einfach mal schwimmen gehen, bevor ihr ins Theater geht. Auch hier laden wir euch herzlich dazu ein. Die Wasserwerte sind super, das Wetter momentan auch. Also kommt gerne vorbei. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das nämlich auch tun, wenn ihr zum Beispiel Rettungsschwimmer seid oder Rettungsschwimmerin. Die suchen wir nämlich, weil wir können das Kocherfreibad und das Hallenbad nicht gleichzeitig aufmachen wegen Personalmangel. Das heißt, wir suchen in Teilzeit, wir suchen in Vollzeit und wir suchen in Minijob. Einzige Voraussetzung, einen Rettungsschwimmerschein. Und wenn ihr noch keinen habt, dann könnt ihr einen machen bei der DLRG. Da unterstützen wir euch auch gerne. Kommt einfach auf uns zu. Und was gibt es sonst noch zu sagen in dieser Künstelschau? Sommer in der Stadt startet mit Freddy Rubisch am Oberen Bach und zwar am 23. Juni, also in der nächsten Woche. Auch wunderbare Veranstaltungsreihe mitten in der Stadt. Verschiedene Orte, wo man zusammenkommen kann unter freiem Himmel. Hoffentlich auch bei bestem Wetter. Ich finde es prima und ich hoffe, ihr auch. Und mit diesen Informationen wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und bis bald.